Moin Leute, Solarpaket 1 ist durch, mega geil und mich erreichen jetzt täglich zig Fragen dazu, was das jetzt konkret für dich quasi bedeutet. Deswegen heute die wichtigsten Fragen zusammengefasst und jede Frage ist ein Kapitel, also ihr könnt euch einfach bequem durchklicken und dann schauen, welche Fragen euch interessieren. Und danke nochmals für euren finanziellen Support, das Team und unsere Arbeit hier wären ohne euch quasi gar nicht möglich, beziehungsweise der Kanal wäre schon lange pleite. Und wir haben jetzt auf mehrfachen Wunsch auch Patreon eingerichtet. Schaut es euch bitte an, weil das wäre halt irgendwas so stetiges, womit wir viel, viel besser rechnen können. Aber genug davon, los geht's mit den Fragen. Okay, 800 Watt, jetzt erlaubt, wie viel, bla bla bla, das nervt ziemlich. Im Gesetz dem EEG, das ist jetzt das, was geändert wurde. Da ist jetzt neuer Absatz drin und da sind Steckersolaranlagen als Anlagen mit 800 Watt Wechselrichterleistung. Und 2000 Watt maximaler PV-Modulleistung vorgesehen und es ist extrem wichtig, dass das im EEG jetzt drinsteht, weil es ermöglicht uns jetzt richtig viele neue Sachen. Warum nur 2000 Watt? Dazu habe ich bereits zwei Videos gemacht und es sei genauestens erklärt. Also wenn dich das interessiert, schau am besten in die alten Videos rein, das wird jetzt sonst hier zu viel. Okay, aber sind die 800 Watt jetzt erlaubt? Eigentlich nein, wenn man ehrlich ist. Wichtig ist hier nämlich der VDE und der arbeitet aktuell daran, die Normen, die dafür zuständig sind, also die Anschlussnormen und so weiter. Im Anzupassen und zwar so, dass die Sicherheit auch noch in sehr alten Elektroinstallationen unter den wildesten Bedingungen gewährleistet ist. Und laut meinen Quellen sind die 800 Watt bereits angenommen, aber es dauert halt noch eine Sekunde. Worüber aber noch gestritten wird, ist die maximale PV-Leistung, die halt auch vorgeschrieben wird. Also wie viele Module ihr quasi anschließen dürft an euren 800 Watt Wechselrichter. Und die letzte Info, die ich hier habe, sind 20% der Wechselrichter-Leistung. Bei 800 Watt hieße das also 960 Watt an Modulleistung. Und das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Hierzu hatte ich auch mal eine komplette Folge gedreht und genauestens erklärt, wo dieser Wert eigentlich herkommt. Und da haben wir auch ein bisschen diskutiert, könnt ihr hier finden. So, ihr seht es jetzt hier schematisch dargestellt. Bei einem 800 Watt Wechselrichter mit 960 Watt Modulleistung liegen an einem sonnigen Tag die vollen 800 Watt auch nur für ein paar Stunden an. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die 2000 Watt an Modulleistung dran habe, dann habe ich die 800 Watt über dem Tag gesehen einfach deutlich länger. Und falls ihr jetzt folgendes denkt, das ist im Übrigen ein echter Kommentar an mich gewesen. Meine Güte, bist du dumm. Der Strom wird doch geringer, du scheiß Lauch. Nee, bei Maximallast eben nicht, du scheiß Lauch. Denn es kann passieren, dass der Leitungsschutzschalter Richtung öffentliches Netz nicht auslöst. Das ist ja genau das Problem quasi. An dem Punkt, wo es ins öffentliche Netz geht, ist ja der Leitungsschutzschalter. Und der sollte ja auslösen, wenn zu viel aus dem Netz gezogen wird. So, da jetzt aber der Strom dort reduziert wird durch das Balkonkraftwerk, merkt er einfach nichts. Das heißt, er löst nicht aus. Und das kann tatsächlich zu ernsten Problemen führen. Und darum geht es. Und das auch noch in alten Anlagen. Das heißt, hier haben wir natürlich ein echtes Problem. So, ist aber in diesem Video, wie gesagt, genauer erklärt. Also schaut es euch da gerne an, wenn euch das im Detail interessiert. Das Problem, was jetzt noch besteht, für 600 Watt Anlagen wurde dieser Wert, also diese 960 Watt oder 20% nicht angepasst. Denn hier bestehen eigentlich gar keine oder beziehungsweise viel geringere Probleme. Das heißt, hier könnte ich die Modulleistung jetzt wirklich deutlich höher zulassen. Und das halte ich auch für sehr sinnvoll. Ebenfalls möglich wäre es, und das halte ich persönlich auch für die schönere Lösung, die maximale Einspeisedauer bei beispielsweise 800 Watt festzulegen. Also einfach zu sagen, damit das sicher ist, darfst du dann mit deinem Wechselrichter beispielsweise maximal zwei Stunden bei 800 Watt einspeisen. Die zwei Stunden sind jetzt erfunden. Aber sowas ließe sich ja in einem Wechselrichter relativ einfach umsetzen, technisch. Das heißt, man müsste den Herstellern die Norm mitgeben. Die würden das umsetzen und dafür sorgen, dass diese Grenzwerte nicht überschritten werden. Das wäre für euch, glaube ich, die coolste Lösung. Und das würde, glaube ich, für die meisten eigentlich sehr, sehr praktikabel sein. Und der große Vorteil ist, das würde auch bei Akkus funktionieren. Dazu kommen wir aber gleich noch. So, und ich bitte euch hier und heute in der nächsten Kommentarphase des VDE, die bald ansteht, auf wirklich entsprechende Kommentare einzureichen. Höflich, selbstverständlich. Ja, technisch einfach sagen, das wäre cool, das brauchen wir. Dann sind die Chancen wirklich gut, dass das berücksichtigt wird. Also hier habt ihr eine Chance, auch selber aktiv zu werden. Und ich bitte euch auch wirklich darum, das zu tun. Denn meckern und motzen hilft nicht. Hier müssen wir einfach was machen. Und das kann ich nicht alleine. Das müsst ihr machen. So, noch ganz kurz was in eigener Sache. Es gab vor kurzem Stiftung Warentest Tests zu Balkonkraftwerken. Und ich muss echt sagen, also ich war not amused über die Vorgehensweise, auch nicht über die Ergebnisse und konnte echt vieles überhaupt gar nicht nachvollziehen. Wir testen da selber sehr viele Mikrowechselrichter. Und deswegen gibt es bald eine Folge. Hat Stiftung Warentest Lack gesoffen? Also Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst, denn das wird wieder ein bisschen fies. Und mein Lieblingsprofessor, Physikprofessor Hundhausen, ist auch mit am Start. Also das wird auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Okay, was ist jetzt mit Akkus? Sind da auch irgendwelche Grenzen? Wie sieht es denn da eigentlich aus? Hier ist es tatsächlich noch nicht ganz so gut geregelt. Also was neu ist, Balkonsolarspeicher sind jetzt auch im Marktstammdatenregister auswählbar. Und das ist definitiv ein Fortschritt. Das heißt, wir sind erstmal überhaupt irgendwie bedacht. Was jetzt die Sache mit der Einspeiseleistung angeht, so wissen wir es tatsächlich nicht 100% genau. Aber mein Stand ist, dass sie jetzt erstmal denselben Regeln unterliegen müssen, wie die Balkonsolaranlage, also der Wechselrichter ohne Akku. Denn für die Leitungen ist es ja am Ende egal, ob der Strom aus dem Akku kommt oder auch nicht. Was jetzt die Einspeiseleistung und vor allem die Dauer, von der ich eben auch gesprochen habe, wie die geregelt wird oder auch nicht. Ob da irgendwas vorgesehen ist, das weiß ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nach meinem Empfinden wäre eine zeitliche Grenze für die Einspeiseleistung am sinnvollsten, so wie ich das eben erklärt habe. Also zum Beispiel darfst du, das ist dann in der Hardware geregelt, davon würdet ihr gar nichts mitbekommen, 800 Watt für eine Stunde oder zwei oder sowas. Die Zahl ist jetzt frei erfunden, einspeisen und dann wäre es okay. Der Hersteller müsste das dann technisch umsetzen, was gar kein Problem wäre. Und dann wäre die Kiste in meinen Augen eigentlich komplett geregelt und hätten auch keinen Stress und hätten das Maximum bei hoher Sicherheit irgendwie rausgeholt. Also fände ich eine schöne Lösung. Ich hoffe, dass der V.E. das vielleicht auch so durchsetzt oder umsetzt. Die Privilegierung für Mieter. Und das ist der wichtigste Punkt in meinen Augen. Was ist das? Naja, wenn ihr zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus zur Miete lebt und gerne ein Balkonkraftwerk anschließen möchtet oder euch gehört eine Eigentumswohnung, so kann euch zum Beispiel die Wohneigentümergemeinschaft oder auch der Vermieter momentan ohne große Gründe einfach einen Strich durch die Rechnung machen und sagen will ich nicht. Danach habt ihr quasi ein Recht darauf und der Vermieter bzw. die Wohneigentümergemeinschaft können dann nur noch aus dem triftigen Grund ablehnen. Jetzt kommt so ein bisschen die Feinheiten, was genau ein triftiger Grund ist, das möchte das Justizministerium bisher noch nicht genauer definieren. Vermutlich wird es deswegen zu relativ vielen Klagen vor Gericht kommen. Wir versuchen momentan dem mit aller Kraft entgegenzuwirken, weil wir das für einen großen Fehler halten. Irgendwann ist es dann geregelt, aber bis dahin müssen sich dann viele Leute noch vor Gericht prügeln. Ich denke, dass man zumindest die Anzahl der Verfahren hier reduzieren könnte und ich halte das auch für sinnvoll. So, ist das jetzt schon umgesetzt? Nein, also das war jetzt in dem Solarpaket gar nicht drin und das war auch nie geplant, sondern das ist wirklich eine eigene Sache, die das Justizministerium umsetzen muss und unseren Quellen nach wird das vor der Sommerpause auch nichts mehr. Also zumindest ist das, was wir gehört haben, das ist jetzt eher so ein Gemunkel aus irgendwelchen Quellen, die wir da haben, also aus dem... Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, denn das ist in unseren Augen der allerwichtigste Punkt, der wirklich ein ganz, ganz riesiger Hindernisgrund ist für viele Mieter. Und ich hoffe wirklich, dass das bald und auch ordentlich umgesetzt wird. Also Leute, macht das jetzt, dann haben wir es endlich geschafft. Und wenn das geschafft ist, dann komme ich nach Berlin und dann können wir mal richtig Party feiern. Da habe ich echt Bock drauf, weil das wird schon echt vieles vorwärts bringen. Hat sich was an der Anmeldung für Balkonsolaranlagen geändert? Bisher musstet ihr die Anmeldung eines Balkonkraftwerks beim Marktstammdatenregister, das ist von der Bundesnetzagentur, so eine Webseite, und zusätzlich noch bei eurem Netzbetreiber machen. Die haben meistens auch eine Webseite, wo man das machen kann. Das heißt, ihr müsstet zweimal anmelden. Das nervt natürlich. So, und jetzt haben die das geändert. Jetzt ist es nur noch beim Marktstammdatenregister nötig. Und auch das Verfahren wurde vereinfacht. Und das ist jetzt wirklich alles schon passiert. Und das, finde ich, ist so ein erster cooler Schritt nach vorne. Also das ist jetzt wirklich schon mal eine wirkliche Vereinfachung für euch. Darf mein Zähler jetzt auch rückwärts laufen? Hattet ihr noch so einen alten Zähler mit Scheibe, also einen Ferrariszähler, dann konnte euch der Netzbetreiber die Anmeldung verweigern, bis der Zähler getauscht wurde. Weil es ist ja quasi so, wenn ihr dann mehr eingespeist als verbraucht habt, also euer Balkonkraftwerk erzeugt mehr als ihr verbraucht, dann läuft dieser Zähler mit Scheibe tatsächlich rückwärts. Und das ist kein Scheiß, das passiert wirklich. So, und das Doofe dabei ist, also man kann das irgendwie verstehen mit dem rückwärtslaufen, dass es irgendwie blöd ist, dass der Netzbetreiber das nicht will. Das ist nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, dass der Tausch von diesen Zählern zu neueren Zählern, dafür ist der Netzbetreiber verantwortlich. So, das heißt also, ihr könnt überhaupt nichts machen. Also ihr habt keine Chance, das irgendwie zu beschleunigen. Und ihr seid dann wirklich dem Netzbetreiber vollständig ausgeliefert. Und das ist natürlich blöd. In der Informatik würde man sowas einen Deadlock nennen. So, und jetzt, was wurde geändert? Jetzt ist es scheißegal. Wenn der Netzbetreiber nicht in die Pötte kommt, ja, dann läuft der Zähler halt rückwärts und ihr spart doppelt. Also für euch ist das gut. Das heißt, das kann euch absolut scheißegal sein. Ihr habt den Zähler, den ihr habt. Und wenn der Netzbetreiber noch nicht so weit ist, könnt ihr den, den ihr jetzt gerade habt, einfach nutzen. Und im Notfall läuft er halt rückwärts. Ist egal, ist legal jetzt im Moment. Also könnt ihr Spaß haben. Und ja, wenn ihr so ein Ferraris Zähler habt, macht's. Das ist schon geil. Also ich würde es empfehlen. Keine Ahnung, warum denn nicht? Alte PV-Anlagen, Repowering. Das ist schon eine ganz, ganz lange überfällige Änderung. Passt auf, ist gar nicht so kompliziert. Ihr habt eine PV-Anlage, die schon alt ist und ihr bekommt irgendwie die Vergütung. Also was weiß ich, 10 oder 7 Cent, je nachdem wann ihr die angemeldet habt damals. So, und jetzt sind eure Module zum Beispiel schon total runter und ihr denkt euch, hey, ich würde die gerne gegen neuere tauschen, weil die haben nicht mehr so viel Power oder irgendwie, was weiß ich. Oder gefällt mir nicht mehr. Keine Ahnung, Grund ist mir jetzt gerade mal egal. So, kann man ja aber durchaus machen. Auch wenn es mehr Power ist, warum denn nicht? Also, ne, da hat sich ja schon sehr, sehr viel getan in der Zeit. Bisher war das tatsächlich nicht erlaubt. Also wenn du deine PV-Module getauscht hast, dann war die Vergütung weg. Das Einzige, wo es erlaubt war, war bei Beschädigung oder bei Diebstahl. So, und das hat sich jetzt geändert. Jetzt darfst du die Module tauschen. Und es ist ein bisschen kompliziert. Ich erkläre euch, wie das funktioniert. Wenn die Leistung dabei gleich bleibt, ändert sich für dich erstmal nichts. Also das heißt, wenn du deine Module einfach gegen neuere tauschst und die sind zum Beispiel etwas verschattungsresistenter oder können bei höheren Temperaturen besser arbeiten, also es gibt ja auch durchaus Vorteile ohne eine höhere Leistung, dann bleibt die Vergütung einfach gleich und auch die Laufzeit deiner Vergütung auch. Also da ändert sich für dich eigentlich dann gar nichts. Das ist, glaube ich, ganz cool. Du hast jetzt aber neue Module mit mehr Power und das ist ja der wahrscheinlichere Fall, weil die neueren Module alle sehr viel mehr Leistung haben als damals. Dann gilt die zusätzliche Power als neue Anlage, mit der ein neuer EEG-Vertrag geschlossen wird und damit zählen für diese Mehrleistung dann auch eine andere Vergütung. Das klingt jetzt kompliziert, aber zum Beispiel, du hast eine 1-KWP-Anlage und ersetzt jetzt ein paar Module durch stärkere und kommst dann auf, sagen wir mal, 2-KWP. Dann bekommst du für deine 1-KWP die alte Vergütung und für die anderen 1-KWP dann die aktuelle Vergütung. Was weiß ich, zum Beispiel 10 und dann heute jetzt eher so 7 Cent. Abgerechnet wird aber beides gleichzeitig. Das heißt, insgesamt merkt ihr da jetzt nicht so viel, nur dass es dann zwei Sätze gibt. Klingt aber auch echt kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Aber sagen wir es mal so, vorher ging es gar nicht, von daher sehe ich das als absoluten Fortschritt, weil das vollständig zu blockieren ist sicherlich das deutlich Schlechtere. Ja, Speicher aus dem Netzladen ist jetzt echt erlaubt. Also das hat mich so richtig gefreut. Und this is amazing, you understand? Weil tatsächlich, das ist so ein Punkt, den ich gerne machen möchte. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen dynamischen Stromtarif und habe quasi jede Stunde einen anderen Strompreis. Wenn jetzt beispielsweise viel Wind da ist oder so, dann ist der Preis halt super niedrig und es kann auch relativ schnell wieder hochgehen, wenn der Wind dann wieder weg ist. So im Winter macht es hin und wieder Sinn, den Akku quasi mit billigem Strom aus dem Netz zu laden und dann später, wenn es teuer ist, diesen Strom zu nutzen. Und bisher war es quasi nicht erlaubt oder es war nur eine Richtung erlaubt. Also entweder darfst du den Akku aus dem Netz laden oder du darfst ihn entladen, aber nicht beides. Und das hat sich geändert. Und da ich jetzt aktuell zum Beispiel sogar ein eigenes Energieoptimierungssystem entwickle, das heißt, das ist jetzt wirklich ein intelligentes System, was genau solche Dinge automatisch und das optimal, also kostenoptimal steuert, und das wird auch für euch kostenlos sein, also ich werde es bald zur Verfügung stellen, kann ich das jetzt quasi 100%ig so nutzen. Und das ist richtig cool. Also das ist für mich ein mega Fortschritt. Also ich kann jetzt Windstrom im Winter quasi mitnutzen, also davon profitieren. Und das finde ich ziemlich sinnvoll. Und das würde auch das Netz entlasten. Das heißt, es macht eigentlich sehr viel Sinn insgesamt. So, ausgeförderte Anlagen, 5 Jahre länger. Also, eure Anlage ist zum Beispiel schon älter als 20 Jahre, dann bekommt ihr eigentlich keine Vergütung mehr. Das heißt, dieser Vertrag, den ihr damals geschlossen habt für die Vergütung, ist dann abgelaufen. So, ihr könnt dann entweder auf Eigenverbrauch umstellen und verbraucht dann, was ihr spart dann, was ihr verbraucht, oder ihr müsstet die Anlage tatsächlich eigentlich loswerden. Dafür gab es jetzt bisher die sogenannte Anschlussvergütung. Das heißt, ihr bekommt dann noch die Einspeisevergütung, die jetzt aktuell am Markt herrscht. So, und diese Regelung wurde jetzt nochmal um 5 Jahre verlängert. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 5 Jahre drauf für ältere Anlagen. Was natürlich die ganze Sache so ein bisschen entspannt. Denn es wäre, wenn man ehrlich ist, ziemlich krass, wenn jetzt irgendwelche Leute alte Anlagen, die ja noch tiptop laufen, einfach verschrotten würden, nur weil so eine blöde Regelung da ist. Da muss ich echt zugeben, meine Güte. Das darf einfach gar nicht passieren. Also, einfach aus jeglicher Umwelt- und sinnvoller Sicht ist das einfach komplett zu verneinen. Also, bitte nicht. Von daher ist das gut. Trotzdem, eine Dauerlösung ist das leider nicht. Das finde ich ein bisschen schwach noch. Okay, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte in meinen Augen, die euch betreffen. Ich habe, es ist wirklich nicht alles benannt. Also, schaut auch gerne nochmal andere Videos. Zum Beispiel auch Martin von Gewaltig Nachhaltig hat hier viel gemacht. Schaut überall mal rein und dann werdet ihr auf jeden Fall schlau. Ich hoffe aber, es hat ein bisschen Licht ins Dunkel reingebracht. Es gibt auch noch im gewerblichen Bereich einige Änderungen. Aber wie gesagt, das sprengt jetzt hier alles komplett den Rahmen. Und ich glaube, das ist jetzt hier für die meisten eher nicht so spannend. Ich hoffe, dass es euch weitergeholfen hat. Also, wenn ja, dann gerne ein Abo da lassen, ein Like. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017